Ich habe diesen Trend mit meiner Freundin in Roblox gemacht. Teil 2 Wer ist älter? Wer kann mehr essen? Wer ist schlauer? Wer geht öfter auf Partys? Wer möchte, dass du dieses Video likst? Wer mag Ananas auf der Pizza? Wer kann mehrere Sprachen sprechen? Liken und abonnieren für den nächsten Teil?